Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog und ja, es ist gerade vier Uhr nachts. Wir fahren jetzt nach Italien an die Adria um den Urlaubsmann. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Woche in einen Vlog packe oder in verschiedene. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde auch Musik Da neben euch wirklich hier und den ganzen Kissen hier mega gefühlt. Aber ich bin eingestellt. Ich bin eingestellt, könnt ihr euch gar nichts sagen. Ja, aber wir fahren jetzt noch... Ich weiß nicht, wo ist die Straße? Ich habe ja die Garten, ich habe ja keine Ahnung. Die Straße ist echt nicht mehr zu gefahren. Jede 2 Meter ist das übelste Huckel, gell? Da spinnt es dich durch die Gegend. Das geht kein Wort. Hey, wirft dich da einfach mit meinem Füchertuner an. Nee, geht nicht. Aber egal, brauchen wir eh nicht. Neugierende Ich sterbe jetzt gerade so. Es ist so heiß. Es hat locker 30 Grad oder sowas. Ich schwöre, das ist halt wirklich nicht geschätzt. Vorrat ist es 28 und jetzt hat es 30. Oh ja, wir gehen jetzt dahin, fahren noch 5 Minuten und dann noch das. So sind Siegesgesänge. Moritz Siegesgesänge. So sind Schwangere, so sieht ja das Schwange aus. So sieht Schwange aus. Voll in Zornstellen. Wir sind endlich da. Müssen wir alles da zum Haus tragen? Nein. Müsste wissen doch gar nicht, ob wir erstmal reinkommen. Ja, ich weiß. Also, da gibt es ein Bolzplatz. Geil. Es ist ein Bolzplatz. Es ist ein Bolzplatz, geil. Super. Hier sind zwei Betten. Jetzt gehen wir nochmal ins Baden. Man darf baden. Okay. Wir waren jetzt hier nochmal baden. Wenn man sieht. Und gehen jetzt auch nochmal gleich nach Hause. Aber ich glaube auch mit dieser schönen Kulisse hinter mir beende ich das Video auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Bis dann.